Diabetes Charity Gala 2015. Austragungsort in diesem Jahr das Tipi am Kanzleramt. Bereits zum fünften Mal hat die gemeinnützige Organisation Diabetes.de, Deutsche Diabetes Hilfe, zur Charity Gala eingeladen, um Diabetes und seine Folgeerkrankungen weiter in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Durch den Abend führte die Moderatorin und ehemalige Eidschnellläuferin Franziska Schenk. Zu Beginn der Gala appellierte Prof. Dr. Thomas Danne, Vorstandsvorsitzender von Diabetes.de, an weiteres Engagement von Politik und Gesellschaft. Wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden, aber es gibt immer noch Zahlen, die uns enorm beunruhigen. Uns und vor allen Dingen die sechs Millionen oder vielleicht noch mehr Menschen mit Diabetes und viele wissen es ja auch gar nicht. Man muss sich das immer klar machen, 40.000 diabetesbedingte Amputationen, 2.000 Neuerblindungen, 2.300 neue Dialysepatienten. Das sind einfach Zahlen, die einen enorm schon runterziehen, weil wir haben da noch nicht so viel erreicht. Und auch die Politik kam zu Wort. Wir sollten die Risikofaktoren immer wieder mal in unser Gedächtnis zurückrufen. Und deshalb wünsche ich uns nach diesen etwas mahnenden Worten einen wunderschönen gemeinsamen Abend. Ich freue mich auf diese Gala und wünsche ihr viel Erfolg und Ihnen persönlich alles Gute. Dankeschön. Ich glaube, dass das wieder sehr viel stärker ins Zentrum einer ganzheitlichen Erziehung muss. Bewegung und auch der bewusste Umgang mit dem eigenen Körper. Dazu gehört selbstverständlich die Ernährung, ganz klar. Das Thema Bewegung wurde durch diverse Show-Acts transportiert. Neben Parcours und der Berliner Band Lying konnten die Gäste der Gala den Auftritt von Lea bestaunen. Die elfjährige Gewinnerin des Diabetes-Voice-Kids-Wettbewerbs, begleitet von Maximilian, sang Help the People. Und auch der Ball rollte wieder. Die 13-jährige Katalina trat im Hochhalten gegen CDU-Politiker Markus Weinberg an. Juror war kein geringerer als der Trainer des FC Diabetologie Christoph Daum. Ja, sie hat gewonnen eindeutig. Man hat gesehen, mit welcher Souveränität und Gelassenheit. Und Markus haben die Nerven in einigen Situationen ein bisschen streicht gespielt. Der Preis für Katalina? Ein Fußballspiel in Hamburg. Und ich hoffe, dass du den richtigen Verein aussuchst, den wir uns denn anschauen. Ein ernster und wichtiger Bestandteil der Gala ist die Vorstellung der Spendenprojekte. Die Frieda-Studie Typ 1 Diabetes früh erkennen, früh gut behandeln und Diabetesprogramm Deutschland laufend aktiv bleiben, stellten ihre Projekte vor. Mit Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit folgte eine feierliche Scheckübergabe. Dann der Höhepunkt des Abends. Die Bekanntgabe des diesjährigen Gewinners des Thomas-Fuchsberger-Preises. Die Laudatio-Hild-Schauspielerin Valerie Niehaus. 2012 gründete er den Verein Diabetes Care West Africa, um die ehrenamtliche Arbeit noch nachhaltiger gestalten zu können. Der Verein hat zum Ziel, die Früherkennung von Diabetes zu fördern, die Menschen für die Gefahr von Komplikationen durch einen unerkannten Diabetes zu sensibilisieren und medizinische Geräte für die Diagnostik bereitzustellen. Wie auch im vergangenen Jahr überreichten Jennifer und Julian Fuchsberger den Preis. Wir sind stolz, Ihnen heute den Thomas-Fuchsberger-Preis 2015 im Namen unseres Vaters und unseres Großvaters überreichen zu dürfen. Vielen Dank. Der Preisträger George Etziani war tief gerührt, bemüht Worte zu finden und dankbar über den mit 5000 Euro dotierten Preis. Ich bin spacklos. Haben Sie nicht damit gerechnet? Nicht ein bisschen? Gar nichts. Warum? Ja. Sie machen so tolle Arbeit. Ich habe noch nie so etwas erwartet. Nach dem bunten Hauptteil der Gala blieb Zeit für den fachlichen Austausch und ein gesundes Buffet. Eine gute Gelegenheit, um ein Resümee zu ziehen, vorauszuschauen und an Politik und Gesellschaft zu appellieren. Also ich denke, dass so eine Veranstaltung schon sehr wichtig ist, vor allem wenn über diese Gala berichtet wird und das in die Öffentlichkeit kommt. Ja, und wir haben ja heute auch viele Menschen mit Diabetes gesehen. Ja, ich glaube, dass es auch eine Chance ist, Identifikation zu schaffen. Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass wir mit Dunkelziffer fast 10 Millionen Diabetikerinnen und Diabetiker haben und wir haben eine Prognose, dass wir im Jahr 2025 20 Millionen beklagen müssen. Das heißt, 25 Prozent unserer Bevölkerung sind dann an Diabetes erkrankt. Und das ist eine Prognose, die mir große Kopfschmerzen macht. Ich glaube, das hat dieser Abend heute ganz gut geschafft, Leute in Bewegung zu bringen, für die Sache, für Diabetes etwas zu tun, für die 6 Millionen Menschen oder noch viel mehr, die in Deutschland Diabetes haben. Es hat mir mal wieder gezeigt, wie wichtig Ernährung ist, gerade dann, wenn man so eine Krankheit hat wie Diabetes. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es ja nicht nur für Menschen mit Diabetes wichtig, darüber nachzudenken, was esse ich da eigentlich? Zucker ist nichts Gesundes. Das Problem liegt eigentlich an unserem Konsum. Der Konsum ist aber nur das, was wir verfügbar bekommen. Und wir bekommen halt gerade in den verarbeiteten Lebensmitteln ziemlich viel Schrott schon geboten. Das muss man einfach sagen. Also wir reden jetzt von den Dingen, die schon fertig verarbeitet sind. Und da darf meiner Meinung nach, die Lebensmittelindustrie einfach zu viel. Und da wäre die Politik gefragt. Und dadurch können wir schon wahnsinnig viel im Gesundheitssystem sparen. Es ist auch ganz wichtig, dass wir das Thema Diabetes in die Köpfe der Politiker bekommen. Und das ist uns gelungen. Es sind heute sehr, sehr viele Bundestagsabgeordnete hier gewesen. So viel wie noch nie. Und auch auf der Bühne haben sich viele für die Aufklärung von Diabetes eingesetzt. Also das ist mir ein ganzes Stück vorangekommen. Die ersten Weichen, um die Zahl der Neuerkrankungen möglichst gering zu halten, sind vorerst gestellt. Und bis zur nächsten Gala bleibt viel Zeit, um weitere Dynamik in die Gesellschaft und die politischen Strukturen zu bringen. Die Diabetes-Gala 2015. Erneut ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Diabetes. Mit bei einigen Toronto. Musik 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 Musik